Wenn ihr jetzt nicht gleich zum Ohr brotiert, dann lobe ich euch. Also ganz ehrlich. Ja, Madame hat mich kurz nach Mittermal aufgeweckt und das gibt noch Wache. Ja, weil sie die Nachrichten irgendwie zu spät gesehen hatte. Deswegen. Und sie wollte dann wenigstens irgendwie noch zurückgeschrieben haben. Weil sie es davor halt nicht mitgekriegt hat. War keine böse Absicht hinter. Kameras hier. Okay. Yes. Okay. Okay. Here we go. Ja, hätte der Murdoch mal gleich mitgezogen. Alter, der war so squishy. Starker Support. Starker Support. Ich habe ihn gehockt. Er ist vorhin geportet zu dir. Sehr gut. Ich höre die gerade nicht, die Sound zu tun. Das ist scheiße. Oh, fand ich auch. War mir gut auf den Turm. Ich gehe mal weg eben. Ich gehe mal weg, Они schießen. Duut. Heroic, your skill rises. Legendary. hehehehe Ich muss die Schmerzen auswählen. Das ist die Schmerzen. Dann müssen wir wieder zum... Naja. Oh. Hä? Meine ULs hat nichts gemacht gerade. Das war ein schlechtes Play von mir. Sorry. Das ist unmöglich. Legendary. Kameras hier. Ich muss aber weg, ne? Kriegt ihr das hin? Ja. 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 Ich habe den Weg geholfen. Okay, kein Problem. Komm hier, komm hier. Äh, Raptor. Warte, hier ist noch ein anderer Typ. Profitzer. Hä, was ist hier los? Ach man, der Rest... Also du willst jetzt nicht, aber der Rest hat ja nicht mehr rotiert oder was? Junge, so viel Zeit. Ist doch nicht das Problem da. Geht jetzt mit Follow abgerechnet. Oder mit irgendwas Sinnvollem. Irgendwann muss rechts, der Crunch kriegt's nicht hin gegen den Stil. Na, jetzt ist das Stil abgehauen. Okay. Pusht doch weiter raus, Crunch, alter. Geht doch nicht immer back. Okay. So, ich bin jetzt los. Let's get hit. Lass uns hier. Weißt du nicht, du bist. Lass unsere Bede. Wolle dann die Rechte. Ich bin nicht mehr dabei. Mord. Ich bin nicht guter. Na gut, der Weg war gerade dumm, mit dem ich gegangen bin, der Murdoch von denen macht nur mittlerweile schon echt Schaden. Hast du das Match als fähig gegen Countess in der Mitte noch gewonnen? Ach, auf keinen Fall, Captain. Auf gar keinen Fall. Ja, richtig gutes Fall. Aber wir sind wieder viel zu sehr aufgeteilt. Jetzt wo Teamfights kommen, darf auch keiner mehr großartig einzelne Dinger machen. The Skewer has arrived. Wenn ihr jetzt nicht gleich zum Orb rotiert, dann lobe ich euch. Also ganz ehrlich. Achso. Ach, genau. Was aufgelist? Nächster Helm sitzt. An Allied tower ist destroyed. Was ist das? Ok. Tja. Wenn es war. Hui.